Hallo und willkommen zu einer neuen Runde der Klasse auf Grenzen mit Wilfried. Heute ist es endlich soweit, es ist endlich Clan-Krieg. Ich habe immer mein iPad geschnappt, vielleicht blende ich dann an den Seiten hier links und rechts noch ein paar Infos ein. Man sieht die Facecam vielleicht noch ein bisschen besser, ich gucke jetzt leider nicht genau in die Facecam, weil ich jetzt quasi in die andere Richtung gucke auf mein iPad, aber ja, es geht gleich los, es sind jetzt noch 56 Sekunden, ich bin mega angespannt. Und ja, das ist mein Team, das ist das gegnerische Team und ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so passieren wird. Es wird, glaube ich, ein richtig geiler Clan-Krieg werden. Ich freue mich schon richtig, ich werde in der 17 Uhr-Folge angreifen. Ich werde es denn noch nicht vorher, ja, ich werde es jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ich habe leider noch keinen Hund und habe jetzt gerade noch einen Golem gespendet, das heißt, mir fehlen noch Truppen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit diesen Truppen angreifen werde. Vielleicht entweder greife ich mit diesen Truppen an oder ich mache hiermit einen Probeangriff auf jemand anderes. Weiß ich noch nicht genau. Wir werden es dann sehen. Es sind noch, oh, es sind noch 19 Sekunden, 8 Sekunden. Oh, das wird, das wird episch werden. Das ist das zweite Mal, dass wir es hinbekommen haben, gegeneinander anzutreten und ja, das wird ein spannender Krieg werden. So, die letzten Sekunden laufen und ich bin gespannt, ob schon einige Leute angreifen werden, ob es schon jemand versucht. So, 3, 2, 1... Kampftag! Jawohl! Kampftag, ja, das sieht doch gut aus. Ich hoffe mal, es greift auch gleich jemand an. Ich würde auch mal sagen, wir machen das so. Wenn jetzt tatsächlich jemand angreift, ich gucke auch zwischendurch mal immer wieder in die, wir haben eine Kick-Gruppe und da gucke ich jetzt auch immer mal wieder rein. Vielleicht schreibt da schon jemand, ob er angreift. Na, hat jetzt gerade noch niemand geschrieben und ich würde sagen, ich warte jetzt, bis einer angreift und dann, ja, werden wir wieder direkt reingehen in die Action. Also, bis gleich. Es ist soweit. Der erste Angriff, das ist ein geschichtsträchtiger Angriff eigentlich. Der erste Angriff unseres eigenen, unseres Clans gegen den anderen Clans ist einfach so, es ist so surreal ist das eigentlich, ne? Es ist so unwirklich, dass man seine eigenen Leute angreift. Ich meine, ich kenne jeden Einzelnen in diesem Clan so gut, die jetzt mit mir in diesem Clan sind und die von dem anderen The Return natürlich auch. Man hat schon so viele Clankriege zusammen gemacht. Ja, und jetzt kämpft man gegeneinander. Es ist irgendwie komisch, aber irgendwie auch einfach nur total lustig. Und das machen wir auf jeden Fall nochmal. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. So, Clan-Truppen kommen raus und ich muss mal gucken. Okay, Drache fliegt. Ah, das wird schon nix. Das wird schon beim ersten Angriff, glaube ich, nix. Wobei, doch, ich hab mich vertan. Ich hatte gedacht, er würde, ja, wobei, schwierig. Ja, er macht das, er macht's mit den Hox. Er macht's mit den Hox, hört's ein bisschen komisch an. So, die Hox kommen rein. Oh. Oh. Läuft gar nicht mal so gut für uns bisher, aber okay. Ja, ist jetzt der erste Angriff und soll auch jetzt auf keinen Fall ein Vorwurf sein oder so. Ist egal. Vielleicht holt er ja sogar... Wollen wir mal abwarten? Mal abwarten. Vielleicht er holt sogar noch einen Stern. Der Angriff... Er holt sogar noch einen Stern. Darf man jetzt auch nicht mal so außer Acht lassen? Das wird noch einer. Oder? Ja, 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 ja. Das wird definitiv noch ein Stern. Ja, locker Stern. Ja, er hat noch halt einen Zauber noch übrig. So, Hybrid ist halt auch immer etwas... Er ist so ein bisschen risikobehaftet. Aber gut, ist... War der erste Angriff. Und der Krieg soll ja auch dem Spaß dienen. Soll auch eurem Spaß dienen, natürlich. Damit wir auch, ja, eine gute Zeit haben und es genießen, dass wir jetzt gegeneinander spielen. Und ja, es wird... Es werden noch einige geile Fights werden. Ich werde auch alles geben. Bei Mobile Fanboy habe ich da verbockt im Klaren. Auf jeden Fall nochmal sorry. Das war meine Schuld und ich versuche es jetzt natürlich besser zu machen in diesem Klarenkrieg. Aber, naja. Der Druck ist jetzt auch nicht mehr so da, weil ich jetzt ja auch einfach weiß. Ich möchte ein bisschen nur so just for fun angreifen. Und ja, hat er noch was? Nein. 62% leider kein Stern. Aber nun gut. Das war Angriff Nummer 1. Und Timo greift sofort hinterher. Und Timo greift sofort hinterher. Und das ist der zweite Angriff. So, es ist standardmäßig. Nein, nein, nein. Oh, ich dachte schon, das Internet wäre weg. Standardmäßig... W-w-was? Was macht er denn? Wieso setzt er denn alle Magier so dicht beisammen? Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt... Ja, jetzt ist nämlich das passiert, was ich mir eigentlich gedacht habe. Jetzt laufen sie... Ich wette, 100 Euro. Sie laufen gleich in eine Riesenbombe da rein. Irgendwo... Irgendwo... Ja... Ich habe es... Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Sie laufen... Jetzt setzt einfach die... Jetzt setzt die Päcker, bevor das Lager weg ist, genau. Ja, er hat noch Glück gehabt. Drei von vier laufen noch dahin. Sprung rein. Heilzauber. Ich bin gespannt, ob er es noch rausreißen kann oder nicht. Aber er hat auch keine Königin. Das ist ein bisschen problematisch. Obwohl er auch Rathaus 9 ist. Er hat leider jetzt die Königin nicht dabei. Er wird das Rathaus wohl noch kriegen, oder? Also, was machen die denn da? Ist da irgendwie noch eine Falle gewesen? Oh, der... Oh, 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 oh. Der gefährliche Tesla. Kommt, kommt, kommt. Ihr holt das Rathaus noch. Ihr holt das Rathaus noch. Okay, das Rathaus ist down. Die Frage ist, reicht die Armee außen noch aus, um noch vielleicht noch einen zweiten Stern zu... Ah, zweimal einen Stern? Ist jetzt nicht so der... Ist jetzt nicht so der optimale Start, aber es ist auf jeden Fall richtig lustig, sich das anzugucken. Ja, es ist... Es wird kein zweiter Stern mehr werden, aber es ist auch egal. Was geht denn bei uns im Chat? Oh, Moose hat auch angegriffen, ohne Bescheid zu sagen. Es ist ja wohl zwei Angriffe. Was ist denn mit... Moose hat gegen Kira zwei Sterne geholt. Ach, Moose. Ach, Moose, sag doch... Bescheid. Oh, das habe ich mich zwar verschrieben, ich sende das mal trotzdem ab. Was hat er gemacht? Golems, Magier... Viele Golems. Okay. Weil ich das jetzt gesehen habe, oder? Ja, doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Nur ein Sprung. Sehr gut, dass er gegen Kira zwei Sterne geholt hat. Dann kann ich mir da den Angriff sparen. So, er macht schon einiges kaputt. König hinterher. Wo ist die Königin? Wo ist die Königin? Wo ist die Königin? Wo ist die Königin? Die Königin spart er sich, glaube ich, noch auf. Oder hat er geschrieben, er hätte sie vergessen? Ja, er schreibt, er hat meinen King... Er hat meinen King vergessen. Da ist die Königin! Die Umworbene. Was hat er denn in der Clanburg? Magier? Akira, jetzt musst du aber deine Base mal so langsam umbauen. Du hast es schon wieder zwei Sterne kassiert. Wobei ich die Base eigentlich nicht schlecht finde. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe ja auch eine neue Base gebaut. Die kann ich jetzt nicht zeigen. Ich weiß, ich hätte in der letzten Folge einen Fehler gemacht, dass ich sie schon gezeigt habe. Ah, sehr gut, Moose. Das war ja sogar Easy 2 auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das ist echt ein geiler Clan-Krieg bisher. Easy, easy, easy. Hat er da noch... Oh, hat die... Ja, er hat doch aufgehoben. Ach so, er hat vergessen... Er hat vergessen, den King zu zünden wahrscheinlich, meint er damit. Ja, da hängen jetzt noch die Lakaien down. Königin ist noch dabei. Die Königin wird jetzt natürlich von einigen Sachen noch angegriffen. Jetzt kümmert sie sich noch um die Clanburg. Ja, holt sich noch die Clanburg. Holt sich jetzt vielleicht sogar noch den Bogenturm. Na, den wird sie sich nicht mehr holen, oder? Ne, 10 Sekunden. Ach, da oben hat er noch was. Da oben hat er noch was. Und ja, 3 Sekunden, 2, 1, das war's. Lockere 67% richtig gut gemacht auf jeden Fall von Moose. Ja, Gechner hat noch nicht angegriffen. Ich würde so gerne meine Base zeigen, aber ich... Da, ich kann es nicht. Dachte, ich würde sie gerne zeigen, ich kann aber nicht. Ja, sind wir auf jeden Fall schon mal am Ende von Folge 1 beim Clan-Krieg. Wir haben schon echt drei coole Angriffe gesehen. Ich bin mal gespannt. Wobei, ich warte noch. Ich warte noch auf einen Angriff. Wenn jetzt so die nächsten Minuten sich noch einer entschließt anzugreifen, dann mach ich's noch. Dann bring ich's noch mit rein. Ansonsten, ja, sind wir am Ende. Ich weiß nicht genau. Wir warten mal ab. Wir warten mal ab und entscheiden dann... Wir gucken mal eben noch in die Kick-Gruppe rein. Hat noch jemand geschrieben? Ne. Hat keiner mehr geschrieben. Und deswegen, Leute, sag ich Dankeschön schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann um 17 Uhr wieder mit meinem Angriff und noch einigen weiteren. Oder ich schneid noch einen dran. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht schneid ich noch einen in der Folge dran. Wenn doch jetzt zeitig einer angreift oder nicht. Also macht's gut. Joa. Ganz kurz noch mal wieder da. Oh, er hat tatsächlich vergessen, die Base umzubauen. Ah, das ist vom Gegner. Das ist vom Gegner. Er hat tatsächlich vergessen, die Base umzubauen. Ja. Könnte interessant werden. Könnte interessant werden. Ja. Wollt ihr euch noch mal eben kurz zeigen, dass er die Base einfach so gelassen hat. Es greift jetzt gerade keiner mehr an. Deswegen, ich sagen würde, wir lassen's ja... Oh doch, doch, der greift einer an. Angriff von Florian auf Burg. Angriff von Florian auf Burg. Das sieht... Florian ist jemand, der sehr gut angreifen kann. Und das ist eine Anti-Drei-Sterne-Base, die wir hier sehen. Äh, bedeutet, er hat sich so gebaut, dass der Gegner halt Schwierigkeiten hat, nachdem er das Rathaus geholt hat, noch einen weiteren Stern zu holen. Oder halt noch, ja, noch die beiden anderen Sterne. Deswegen. Wir gucken auf den Drachen. Der Drache ist noch am Leben. Oh, jetzt wird's natürlich schwierig. Für den Florian wird's jetzt schwierig. Weil der Drache doch richtig gut reinhaut, eigentlich. Ja, da sind schon einige down. Der Drache ist auch... Der Drache ist noch kaum angeschlagen. Ja. Würde ich mal sagen, wird's auf jeden Fall schwierig, für den Florian noch einen zweiten Stern zu holen. Ja. Es ist ein recht ausgeglichener Klankrieg. Es ist ein recht geiler und spannender Klankrieg. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch so entwickeln wird. Ja, der König ist jetzt gleich down. Der König hat natürlich keine Chance gegen den Drachen eigentlich gleich. Ja, er kriegt jetzt von allen Seiten. Da können jetzt noch die Bogenschütze... Die Bogenschützin kann noch so viel draufhauen. Bringt nix. Ja. Das sind 40%. Hat er doch irgendwo was? Ah, er hat noch einen Pekka. Er hat noch einen Pekka. Das wird... Naja, es wird nix mehr. Jetzt, wenn er den jetzt holt... Das reicht nicht mehr. Der Drache ist noch da. Oh, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Burkhard verteidigt. Also, alles noch im grünen Bereich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit weiteren Klankriegseingriffen. Vielleicht kommen heute auch drei Folgen. Ich weiß nicht genau, wenn wirklich noch so viele geile Angriffe kommen. Wer weiß, wer weiß. Also, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und bis um 17 Uhr. Tschüss. 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 Tschüss.